Abatour auf Shogal Ne, aber ich mein, der verstärkt doch den Held, auf dem er drauf ist Weiß nicht, ob er dann automatisch uns beide verstärkt Naja, muss er ja, da kann er nicht Muss er eigentlich, ne? Kann sich ja eigentlich nichts aussuchen Jetzt muss ich jetzt mal gucken, also ich hab ja bisher nur den anderen Kopf gespielt Das heißt, ich muss jetzt mich bewegen Oh je Und ich kann mich nicht bewegen Ich kann dir den Arsch treten, wenn du dich bewegen sollst Ja, ich kann aber trotzdem einfach dann stehen bleiben Ja, könntest du Wenn du uns umbringen willst, könntest du das Sagst du mir, wie ich den skillen soll, oder soll ich es einfach irgendwie machen? Ich hab meistens auf dieses, äh, ich glaub auf W Das, wo du so um dich rum, äh, die Gegner mit so einem Feuerkott belegst Sieht aus wie so ne, so ne Flammenhand Und den Kampf vor Helden Das hab ich immer Also immer in die Richtung, das gilt Okay, also Rasende Faust, das so reinrennen? Ja, aber der hat irgendwie, das ist ganz komisch, probier das mal aus Okay Hat so ein Genau, das lädt erst irgendwie so auf und dann kannst du es erst benutzen Okay Finde ich irgendwie absolut impraktisch D, ist einfach so Feuer? Zwei, eins Genau Das hat so einen Kreis um dich rum Und D ist die Bombe D ist die Bombe, ja Müsst du natürlich auch zielen, irgendwo hin Ja, ja Bessern direkt auf den, hier auf die Mauer Ja, der sollte nicht so reinrennen Leicht Hau mich mal, hau mich mal Ja, also wir müssen da definitiv diesen, äh, Lutert Morales Fokus und der ist, der heilt halt einfach die Hölle Ja, also wir müssen da definitiv diesen, äh, Lutert Morales Fokus und der ist, der heilt halt einfach die Hölle Ah, der da unten eben gerade, ja Ja Soll ich meine, die Bombe, die, okay, die hat so eine Alter, der kann sich eigentlich selber heilen Dann wickeln die mehr auf die Fresse als die Ich glaube, die Bombe immer in den seine Richtung, ne Oh, man kann das jetzt weg Man Da war er nicht mehr drin, leider Oh, wie wir uns auseinandernehmen lassen von den beiden Ja, wohl nicht Helden, zollt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren Ich mache schon, dass die Runenbombe wieder zurückkommt, oder? Äh, ja Oh, sie heilt, mache ich gerade Weil deine Runenbomben bislang nicht so, nicht so wirklich gut Blässe Was? Ich zeig dir gleich mal, wie gut die platziert sind Ähm, vielleicht sollten wir auch mal wieder hochgehen Was ist da oben? Ich brauche viele Gegner Oh Ich bin euren wicherlichen Streitereien überdurchsicht Ich werde zu dem, äh, zuschreien müssen, oder? Ich bin euren wicherlichen Streitereien Da sind die anderen aber schon Und alleine gehen wir da auch nicht rein Vielleicht können wir sie Äh Weg, 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 weg Freut weg jetzt auch nicht Ja Junge, Junge, Junge Wenn die halt nicht geheilt werden Dann kassieren wir gleich ganz schön dick Ja, wir spielen auch richtig scheiße gerade Also nicht nur so ein bisschen Aber das ist halt auch ein Problem Ja, wir haben zu wenig Held auf dem Feld Hier zu dem unteren Tribut Da steck dich mal hier rechts in den Busch Man kann es auch zum Flüchten benutzen Aber wir machen halt auch irgendwie gar keinen Schaden Was hast du vor? Ich will dich heilen Ein unwürdiger Tent Ihr werdet meinen Fluch spüren Ja, der Morales ist tot Ja, weil er aber auch Ach, wir haben halt auch zwei Heiler, ne? Wir haben ja Tasser da noch Es wurde Zeit, dass wir zurückkommen Es wurde Zeit, dass wir zurückkommen Eigentlich rein richtig nicht hinterher, oder? Ja Ja, aber geh mal hier zu dem vor Hier weiter? Ja Soll ich mal kurz porten? Ja, was ist das? Den mach ich voll wenig Schaden, voll scheiße Vielleicht war ich besser als dein Dein nicht Das ist immer so behindert, dass der dieses Pferd Soll ich mal hier deffen? Was? Hm? Seinen scheiß Medi weggenommen und ist abgehauen Warum kann der denn sowas? Sein Ulti Also der hat Ulti nur zum fliegen, oder? Ja, ne, man kann damit auch in den Kampf in steigen quasi Ja, Lilly ist halt ständig da und immer wieder nicht da Was ich? Ein Held hat den Kampf verlassen Ich muss die Bombe halt ein bisschen kräfter machen Ich muss die Bombe halt ein bisschen kräfter machen Ich muss die Bombe halt ein bisschen kräfter machen Ich muss die Bombe halt eine Menge kräfter machen Ich muss die Bombe halt ein bisschen kräfter machen Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend so gut zahlt? Ach, mein, mein Ulti hat jetzt eine Aktivzeit von 15 Sekunden. Er hat aus diesem Schlag genommen, ne? Ja. Finde ich auch besser als das andere. Angreifen? Hier, den kriegen wir. Hat ja schön geklappt. Hat er geklappt? Manchester, hast? Ganz moralis, ja. Wenn man weg darf. Das war aber brutal. Das war ein leichtes. Ja, da steht er eigentlich ganz gut. Na, okay. Ich wusste nicht, dass er den dann nochmal schlagen kann. Ich bin eurer losgerlichen Streiterein. Seid ruhig. Seid ruhig. Seid ruhig. Seid ruhig. Weg 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 weg. Okay. Was macht er uns so langsam? Geht mal hoch zu den, äh, zu den Dingens. Da ist bislang nur Lili in den Boot. Okay. Was nehme ich denn jetzt? Ah, es schafft das. Ah. Ah, nur meine Porträse. Ist, ist schon schwer mit mir, gell? Oder schickt euch meinem Fluch. Ihr habt die Wahl. Du kannst ja weiter schießen. Das mag ich auch. Und einer... Ness. Das wird ja ein Morales angeboten. Ah, weg, 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 weg. Das ist gut. Das ist uns leider getötet. Ich? Ja! Warum rennst du denn nicht weg? Ich dachte, das schaffen wir. Ach, gegen 4, oder was? Nicht? Ich verfluche euch. Ich muss das noch ein bisschen verstehen, Tobi. Sei jetzt nicht so zu mir. Das ist für mich ein schweres Spiel. Du spielst ja nichts anderes als das, oder? Zurzeit nicht. Hehehe. Also alleine oder zu zweit gewinnt die Welt. Äh, 4. Ja. Meinst du das? Ach so. Jetzt werde ich was du meinst. Was auch ich habe keine Mana hier. Einfach feuern und feuern und feuern. Kann ich mir den unten kaputt bauen jetzt als nächstes? Ja, da müssen wir. Ja, da müssen wir. Ja, da müssen wir. Ja, da müssen wir. Ja, da müssen wir einfach helfen. Mein Buch vergeht doch lieber nicht. Schade. Du solltest dieber wengten, oder? Das ist dieber wengten, oder? Ja, sondern wir wengten, sondern wir wengten. Soll ich dieber wengten, oder? Ja, dann wir wengten, dann wir wengten. Das ist auch nicht schön. Ja, da müssen wir wengen, oder? Bist du schon sauer auf mich? Nee, ich verstehe nur nicht, wie die Lizard sich so Teams zusammenstellt. So absolut ungleiche Teams. Ja, mit dem Abatour ist es halt schon ein bisschen blöd, ne? Ja, wir haben halt, weiß ich nicht, wir, ja, das ist doch blöd mit Abatour, also wir sind halt einfach, effektiv nur drei, drei Helden auf dem Feld. Das heißt, deren Schaden ist einfach zu reduziert, halt. Ja. Wir wollen jetzt den Boss machen. Ah, nee, genau, okay. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt? Wie macht man das Tribut, ne? Diese Welt wird uns verletzen. Alter, ey. Oh, nee, das ist der Däge über dem Ender. Oh, nee, das ist der Däge über den Ender. Oh. Zollt mir Tribut oder steckt euch meinen Fluch. Die Bekannten waren es halt schon mehr als doppelt so viel, oder halt doppelt so viel wie Lili. Plus dann nochmal das, was Tassadar heilt. Oh, Tassadar heilt doch eigentlich gar nicht. Oh, die Bombe hat getroffen noch. Puh, jetzt habe ich uns aber gerettet. So viel Ehre muss sein, oder? Ja. Oh, und wieder ran da. Wo hin jetzt? Mitte, oder? Mitte, ja. Ja, vielleicht kommen die halt dann halt auch mal. Weg, 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 weg. Ja, wir machen zwar Schaden, aber wir sind halt einfach unsterblich. Ich meine, wir kassieren halt auch viel, aber irgendwie fühlt sich nicht an, als würden wir geheilt werden. Ja, weiß ich nicht, was heilt denn Lili so? Was hat die hier so geskillt? Ja, bei uns fühlt sich das Heilen halt auch nicht so fürchterlich stark an, weil wir so viel live haben. Werdet ihr ihn überlegen? Ja, es wurde gezündigt, dass ihr zurückgeht. Ja, wir kassieren halt schon 106 Schaden. 106.000 Schaden haben wir... Das ist halt das, was Lieutenant Morales halt schon hochgehaltet hat. Die müssen halt auch nur auf drei hellen Schaden machen. Das ist es halt. Ja. Der war ständig wieder den Boss-Handler hat. Zarek halt mal, du Penner. Irgendeiner, ey. Das ist halt richtig nix. Ich will drauf durchgehen. Achso. Jo. Das war wohl nix. Das war einfach mal gar nix. Und so endet der Fluch. Hm, hm, hm. Ei, ei, ei. Na, wenigstens wieder 185.000 EP. No, ja. Nix. Vielen Dank.